Musik Ihr seid für die Meisterschaft der Kampfkünste angemeldet. Spiel wird vorbereitet. Beginnt der E-Serie. Versucht es später noch einmal. Versucht es später noch einmal. Ihr müsst die Voraussetzungen abgeben, diesen Gegenstand benutzen zu können. Versucht es später noch einmal. Über diese Gegenstand wird nicht verwendet werden. Ihr benötigt mehr Konzentration. Versucht es später noch einmal. Ihr benötigt mehr Konzentration. Bewegt euch näher ins Ziel. Versucht es später noch einmal. Versucht es später noch einmal. Versucht es später noch einmal. Versucht es später noch ein Mal. 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 Dieser Gegenstand kann nichts verwendet. Ihr müsst es später noch einmal. Ihr müsst die Voraussetzungen erfüllen, um diesen Stand genutzt zu können. Ihr müsst die Voraussetzungen erfüllen, um diesen Gegenstand benutzen zu können. Versucht es später noch einmal. Ihr benötigt mehr Konzentration. Versucht es später noch einmal. Ihr benötigt mehr Konzentration. Das war's für heute. Dann kann er nicht verwendet werden. Versucht es später noch einmal. Versucht es später noch einmal. Kein Ziel. Ihr müsst die Voraussetzung dafür, um Ihren Wegenstand umsetzen zu können. Versucht es später noch einmal. Kein Ziel. Versucht es später noch einmal. 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 Ihr müsst die Voraussetzung dafür, um Ihren Wegenstand umsetzen. Versucht es später noch einmal. Versucht es später noch einmal. Das war's für heute. Der Gegenstand kann nicht verwendet werden. 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 Ihr müsst die Voraussetzungen erfüllen. Ihr müsst die Voraussetzungen erfüllen. Versucht es später noch einmal. Versucht es später noch einmal. Dieser Gegenstand kann nicht verwendet. Versucht es später noch einmal. 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 Wettbewerb Versucht es später noch einmal. Wir brauchen schwer Konzentration. Versucht es später noch einmal. Dieser Gegenstand kann ich verwenden. Versucht es später noch einmal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020